willkommen zurück zu transport fieber 2 ja wir haben ja schon eine warte wir müssen kurz mal wieder um die map fliegen damit das spiel laden kann damit es flüssig wird ja wir haben ja schon eine strecke gebaut jetzt das letzte mal von von waldstadt über graz nach rhein das haben wir schon gemacht so wir wollten ja noch einmal nach links fahren und das wollte ich ja mit einer art doppelstrecke machen jetzt interessiert mich aber noch was ist die ist das die geht rein bis nach alltag ja das heißt wir würden dann ab da war sie hier ist da den schlenker machen sondern eben da rausfahren und nach links schlussendlich können wir auch da weiterfahren daran das gebiet hier öffnet sich dann für uns das ist sehr gut das wäre man jetzt dann sehen jetzt machen wir mal die strecke weilenstadt nach klagenfurt was ist da werden wir jetzt mal gleise verlegen das wäre wahrscheinlich mit nutzen wir gehen dann am ende da rein das ist sogar gedankte von dem ganzen wir werden sie noch klappt zu brauchen aber da jetzt ein freies gleis wir werden sehen ob das jetzt einmal zu klappt wie ich mir das vorstelle das ist eine passagierplattform das ist sehr gut dann verschiedenes hier und einmal hier ein dach gibt es für euch noch ja und jetzt ja die nachfrage klagen von 1 also nicht so stark aber er ist ja auch gerade einer darüber kommt ja hier wir sind da drinnen ja 109 sind doch doch ist okay und da müssen wir jetzt auch noch einmal konfigurieren und zwar gleisen immer dass das nehmen wir das setzen dich daran das war es dann schon jetzt kann man das verbinden das können wir so machen einmal da schön am depot vorbei und da hinten werden wir dann zweigleisig gehen wo wollen wir hin darüber wäre dann hier so und da geht's bis da jetzt nur vom spiel her erlaubt ja mal da rein den bahnübergang gucken wir uns noch einmal an ja das ist okay der hoge nicht das ist okay bahnübergang zu passt auch ja ist okay jetzt wärmer die verbindung zum bahnhof machen und die die ja relativ schnell aber wir müssen jetzt schauen dass wir da einerseits entweder hier oben drüber gibt es ja das geht nicht okay so geht's so geht's Oberleitungen nein das geht nicht ja so irgendwie das ist gar nicht das ist bitte auch nicht irgendwie sowas weil das geht ja nicht das sieht eigentlich okay aus aber da können wir es eigentlich ohne machen weil es nicht so ein großteil ist das reicht eigentlich schon so ja das müssen wir jetzt ja das müssen wir jetzt ja das müssen wir jetzt da irgendwie heransetzen können das ist frage ob wir das aufschütteln doch doch das schütten wir auf hierzu rein und das andere gleich geht dann damit wenn es schön klappt klappt es auch das das wird da reinkommen wieso die brücke war es klappt das wir sind zu hoch okay ja dann machen wir es von der anderen seite das ist ja auch kein problem da von der anderen seite brauchen wir da nicht eigentlich zwei stück eigentlich ja wir wollen mal aus einem raus warte mal das kommt nochmal weg wir wollen ja ja mal aus einem raus so das wird da irgendwie rüber fangen rüber fangen so dass die krümmung zu stark dann irgendwie das müsste ich eigentlich war da vielleicht mit dem und dann schließt nicht an muss noch einmal weg steigung dann nehmen wir das hier oben bitte du kommst noch einmal weg jetzt schauen wir mal steigung vielleicht komme ich da hinten rein wir werden es gleich sehen wir werden es gleich sehen wir werden es gleich sehen da geht es von der krümmung nicht also wir gehen schon eigentlich runter vielleicht dass ich da noch irgendetwas machen kann dass ich krümmung vielleicht rauf so so vielleicht wie sieht das da mit der Oberleitung das ist okay finde ich es okay und da jetzt rein ja wir sind hier zu niedrig eins höher wäre hier besser gewesen noch einmal wir gucken wo wir da nicht einen höher kommen so gehen auf das hier und jetzt müsste es eigentlich wir sind hier wie auch immer sagt dass wir hier nicht reinkommen wir sind hier schon zu hoch wir müssen noch höher mit dem Teil noch höher das weiß ich aber nicht ob ich da reinkommen das ist so vielleicht wir schauen mal ob das klappt steigung äh wieso geht es dazu sehr nach unten oder wahrscheinlich aber das hier habe ich nicht anders hinbekommen ich würde es gerne trotzdem machen steigung ja steigung aber wie kann ich da eine höhe verlieren weil mehr nach unten komme ich nicht vielleicht vielleicht in dem ich da rüber fahr und jetzt haben wir einen Autosave cool cool jetzt haben wir einen Autosave auch interessant ja ja dann gucken wir mal weiter jetzt kurve und da komme ich nicht rein ach so cool jetzt haben wir es auch geschafft bisschen abenteuerlich aber es ist ok sagen wir es so so jetzt wäre dann hier eigentlich das zweite Gleis zu machen gell also da jetzt das zweite Gleis mhm das kommt wieder weg das auch Kempfurt nach Wien warten so viel stimmt das denn auch ja ein paar warten hier warten in welche Richtung dann gehen die aber da da ja doch da warten schon einige ja wir wollen jetzt noch da in das Reis rein gucken dann dann nachher proben man kann ihn optimieren können und das ganze hier müsste dann soweit hier rein und hier rein und dann da hinten werden wir wieder rausfahren nach dem machen ja das ist aktiv ja wir fahren ja dann da mit und fahren dann hier hier wieder raus wäre dann also so so und klappt das also das müssen wir noch aktivieren dann danke fürs zuhören hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer Rothschlumpf tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal